Pass auf, der ist wieder oben. Oh mein Gott! Der ist lowlife, der muss lowlife sein. Hier gemeinsam auf der Stage zu zocken, auf der Playstation. Black Ops 4 ist angesagt, kommt am 12.10. raus, jetzt gerade ist die Beta draus. Ich zeige euch jetzt mein bisher bestes Gameplay, gemeinsam mit Rusak war das Ganze im Duo. Wir hatten zusammen 22 Kills, ich hatte 15 Kills, richtig, richtig nice Runde, vor allem das Ende richtig geil geworden. Meine beste Black Ops Runde bisher, viel Spaß damit, let's go! Okay, wollen wir, eigentlich sind wir perfekt, um ein paar Leute abzufangen, das ist ein LKW. Was ist Ausbeuter? Irgendwo hier in die Richtung laufen? Ah, da ist ein Hubschrauber. Ja, da sind auch die Schüsse hergekommen. Wir können immer zu diesen Häusern erst hier vorne laufen. Ja, da sind glaube ich welche. Bin hinter dir. Da ist einer direkt vor mir, direkt vor mir, warte den hab ich safe. Sein Kollege ist auch hier, sein Kollege wird jetzt kommen, der ist auch in der Stadt hier. Der kommt, der kommt hier, tot, aber da kommt noch welche mit Auto. Oh, hinter dir, ja. Einen hab ich von hinter dir, einen hab ich von hinter dir. Nice, noch einer, linke Seite war das. Hab ich auch. Nice! Hast du den Kollegen von dem einen hier getötet? Ja, 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 ja. Sauber. Ich weiß nicht, du könntest hier irgendwo so hinfahren, kurz vor der Anlage halt und dann steigen wir aus und gucken ab. Ja. Ich glaube Anlage wird jemand drin sein, weiß? Oh Gott, warte. Lass hier einfach raussteigen. Ja, bleib stehen. Hier können wir die Häuser looten, die sehen noch frisch aus. Achso, die beiden, ja. Vielleicht ist das, hast du ne Rüstung? Ne. Hier ist ne Level 1 Rüstung, komm. Ah, gut. In der Garage. Schüssel, close. Ja. Panzerstufelung 2 bei mir, komm. Okay, warte, ich komm. Hier. Hier, vor dem Ding und dann, let's go. Ja. Schießen. Okay, gehen wir drauf. Hast du die Panzerung genommen? Ja. Die sind irgendwo hier, close, ganz close. Da oben, 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 oben. One shot, hast du ihn? Einen hab ich. Ja. Sein Mate ist glaub... Hä, Bro? Hä, was los? Ah. Er ist direkt tot, er ist direkt tot. Ah, hinter dir ist einer, hinter dir ist einer. Zwei, zwei. Komm, schnell, 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 Bruder. Nein. Einen hab ich. Einen hab ich. Ist der oben, oder ist der auch... Links neben dran, links neben dran. Genau bei der Leiche. Ja, ja, ja. Komm, Bruder, komm, 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 gib ihm. Was ist das? Ja. Ja. Easy life. Bruder, vergiss mich nicht. Achso, du bist gestorben. Achso, das hab ich gar nicht gecheckt. Bruder, ich krabbel hier doch noch ein bisschen. Das sind die alten COD-Gunfights. Das ist die alte Schule, Leute. Wie man das gerade gemacht hat. Da vorne hab ich den nächsten, geil. Also der hat ja alle Perks der Erde hier. Da vorne sind die nächsten Schüsse. Gehen wir da hin. Warte ganz kurz. Was ist Truppenverbindung? Dann siehst du mich so komisch. Okay. Durch die Wände. Okay, hier vorne direkt. Wollen wir da hin? Ist auch perfekt wegen Zone. Hier müssen wir... Ah, hier kann man rüber. Hier kann man rüber. Okay, da oben ist noch ein Sniper. Lass mal hier mitkommen. Komm mal mit mir. Erstmal gehen wir hier lang und gucken, ob da... Hier hat irgendwer gerade gesnipet. Hier ist er. Hab ihn. Ist denn da? Mhm. Okay, vor uns ist noch mehr. Unter uns ist noch ein Sniper. Sollen wir abhauen wieder? Ich weiß nicht, wo der ist, Digga? Wo ist der denn, Digga? Schießt der auf uns? Davon ist noch ein Auto. Ähm. Ich weiß gar. Schießt der auf uns, Digga? Oder ist der... Ich hab keine Ahnung. Ich check gar nichts. Ich weiß nicht. Ah, er ist vor uns. Er hat Gravelinghook. Warte. Da unten noch. Hab ihn. Gegner, Gegner, Gegner. Wo denn, wo denn? 300, 300. Bei den Häusern. Ah ok, warte. Nordwesten. Ah ja, da ist einer. Hab ihn gesnipet. Hab ihn so gesnipet mit einer Kugel. Der lebt noch, der lebt noch. Ja, der andere ist aber tot. Hab ihn, hab ihn. Sauber, Digga. Ich hab neun Kills, ne? Mega. Ich hab vier. Bei mir ist grad Staubsauger-Action von meiner Putzvor. Ist da wieder Sni, Bro? Ich geh den Looten hier vorne. Bei mir ist grad die lauteste Action der Erde. Ja, wir sind vielleicht ein bisschen offen hier, wenn wir hier reingehen. Ich glaub hier ist eigentlich schon ein ganz nicer Stützpunkt, so. Kann man bleiben. Ja, in Notfall haben wir einen Quote hier vorne dran stehen. Ah, Wachsamkeit, warte. Das nehm ich mir auf jeden Fall. Warte, wie kann ich was anderes wegschmeißen? Warte, ich muss mal kurz gucken. Also. Ok. Wachsamkeit. Hier ist einer bei mir. Bei mir sind zwei. Einen hab ich. Achtung, die Waffe ist okay. Ich hab beide. Ich komm hier nicht mal zu dir nach oben. Was ist das für ein Bug? Nice. Diese Zombie-Waffe, die ist OP, Bro. Ja, er hatte die. Die macht hunderter Schaden pro Treffer. Warte, wo du dich geschossen? Von wo? Wie weit schießt die aber, ist die Frage. Weiß es nicht. Von den Osten, glaub ich. Wo schießen die? Keine Ahne. Ja, ich seh welche. Zwei Stück. Ich hab einen gut gehittet. Osten, Nordosten hinter Bäumen. Nordosten? Und da sind noch mehr, da sind noch mehr. Die sind alle hier auf den Bergen. Ich hab den einen richtig. Einen hab ich hart angesniped. Hab einen down. Linke Seite läuft einer auf ihn zu. Ich hab keine normale Waffe, ich hab jetzt einfach die Raygun. Wo sind die, wo sind die? Die sind hinter den Bäumen, damit schön. Die sind alle hinter den Bäumen. Ahja, warte. Da ist der, oh der ist hier. Hast du ihn? Der andere ist in der Barrikade, warte. Einer ist hier hinterm Stand, hab ihn. Der anderen hab ich, anderen hab ich. Jawohl! Hat aber noch jemand, Digga, von oben irgendwie vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, Bruder. Wir haben grad übel viele. Wie viel Kist hast du schon? Zwölf. Ich hab sechs, Alter. Was ist das für ne Runde? Da kommen welche mit Auto angefahren? Ich hör die. Ja hier, hier direkt vor mir, direkt vor mir. Hab einen angeschossen. Warte, fuck, Digga. Fuck, 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 fuck. Ich hab keine Ahnung, wie man richtig, äh... Warte, die sind hinten jetzt. Versteck mich einfach. Die Zone kommt halt hinter mir, das ist das Ding grad. Die, die, die kannst du easy gegenheilen. Das war keine Angst vor der Zone. Auf dem Dach ist er. Er macht auf Pamarsch. Hab ihn angeschossen, er ist locker weak. Ja, der snipe halt auch komplett auf mich. Ich bin... Ich hab den... Ich hab den und sein Maid bisschen... Komm, komm, renn, 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 los. Wie viel Schaden macht die Zone? Okay, nicht viel. Ja, ich muss jetzt halt los, ne? Lass sie jetzt hier ein bisschen hochgehen auf den Berg, oder? Ja, komm. Warte, warte, warte. Ich muss aber ein bisschen... Ich geh hinter den Baum kurz, warte. Ich hiel mich kurz. Ich kann die Raygun so gar nicht einschätzen, wie weit die schießt, so. Keine Ahnung. Hab den einen? Einer down von denen. Okay, wo, wo, wo? Ich hab keine Munition mehr. Der liegt da hinten rechts. Der krabbelt da gerade zu deinem Maid hinter das Haus. Ja, hab ihn gefinisht. Jetzt, äh, sollen wir zusammen den letzten pushen. Ich hab keine Munition. Der ist im Haus drin, im Haus. Rechtes Fenster. Warte, warte, warte. Ich krieg ihn, ich krieg ihn gleich. Ich krieg ihn gleich. Immer noch rechtes Fenster. Ich bin down, ich bin down. Okay, warte scheiße, die Zone. Ich hab's vergessen, warte. Renn zu mir. Hol mich schnell. Warte mal, er versucht sich zu finishen, warte. Ich bin hinter Baum. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Komm, schnell, schnell, schnell. 20 Sekunden bis zur Zone. Ich hab keine Munition. Ich brauch den Loot. Warte mal. Ich bin tot, nein. Nein, es ging nicht mehr, Digga. Nein. Warte, chill mal kurz. Ich hab zwei Gegner, warte. Oh, man. Eine Sekunde war das, Bro. Ja. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob ich Raygun behalten soll, Digga. Vorratslieferung unterwegs. Ich weiß halt nicht, wie man damit schießt. Keine Ahnung. Ist Two Shot, ja, die ist gut. Aber ich würde Sniper vielleicht jetzt weglegen. Ich weiß nicht. Ich finde eh der Sniper. Ja, da hinten. Da sind die beiden. Zwei gegen eins, Bruder. Ja. Wenn du einen wegsnipest, easy. Wenn du keinen wegsnipest, dann geht's schwer. Hast du getroffen? Ne. Oh mein Gott. Bro, Bro. Push, 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 push. Werb Granaten drauf. Pass auf. Der ist wieder hoch. Der ist wieder oben. Der ist wieder oben. Pass auf. Der ist wieder oben. Oh mein Gott. Der ist Lowlife. Der muss Lowlife sein. Der ist wieder oben. 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 Let's go. Wie viele Kills hast du? 15. Digga, ich hatte auch 7 oder so, ne? Digga, 20 Bombs in Call of Duty bei 80 Leuten. Easy. Stream pulses immer und prüge. Magic implementation. Bistbar oder độngger. Super. Super. Super.